So, Hallöchen, willkommen zu Borderlands 2, zurück natürlich, ja, ich hab grad mal ein bisschen auf die Karte gestibitzt, wir müssen tatsächlich jetzt hier hinten gleich den Berg runterspringen, da zum Catcher White und zum nächsten Catcher White da runterballern, ich vereine mich mal, ach guck mal, konnten wir uns beamen, bidebeam, wir haben es anders gemacht, so, so, jetzt müssen wir einfach nur, so gut wie geradeaus, sind wir weg da, bis auf hier, links, MacNally, Alles gut, MacNally, wie geht's hier, MacNally, was haben wir denn da, Tree Fusion Quote Sewage, den wir einfach mal, unseren Rekorder, Da kommt von Lynchwood, um sie mir abzukaufen, der Idiot hat ja keine Ahnung, er hat die Geschichten von dem Fluch nie geglaubt, oh man, der wird sein blaues Wunder erleben. Ja, Verräter, dein Freund hat den Hintergang und jetzt, los, loswerden, loswerden, Spinner, nimm Gas, Echo auf, so, dann müssen wir jetzt wohin, Ganz woanders hin, also nochmal ein Stück zurück und dann noch da hinten. Wollen wir mal. Der Tote schon mit seiner Kalle rum. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm Kumpfkampf hier. Komm her. Alles ist blut. Das ist Ende mit mir. Und? Ich hoffe, wir werden jetzt unsere Ruhe. Wir müssten alle platt sein. Uh, jetzt müssen wir eben zurücklaufen zu der Outen da. Ja, 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 ja. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Können sehr gerne spielen, aber nicht zu viel. Können wir nicht drüber. So, einfach mal hier reinlaufen. Kommt. Ja. Wenn ihr Bock habt. Wenn nicht, dann nicht. Auf der Pech. So. Oh. Oh, das war ein anderes. Capture White Karre. Oh, da ist schon wieder. Nächster Auto. Unterwegs. Können wir hier lang? Ich denke mal, ja. Wird schon passen. Wird schon passen. So. Überfahren. Kommt hier irgendjemand raus? Möchte kämpfen. Scheiß Spinnen. Kommt her. Fangungspunkte sind auch Punkte. Moonshiner. Ist der ein guter, oder was? So. Den müssen wir uns bestimmt jetzt krallen, dem Moonshiner. Oder wir holen jetzt jetzt das Tape, hm? Okay. Doch nicht. So. Was ist das denn? So. Egal. Mehr haben wir hier nicht. Das andere haben wir alles schon richtig. Dann wollen wir mal nach Leinschwood. Oh, stylische Waffe. Coole Tarnung. Hm. Sollen wir nicht hier mit irgendjemandem sprechen? Sheriff hier. Denkt dran. Ladet eure ganzen Banditenfreunde nach Leinschwood ein. Wirklich. Wenn ihr alle auf einem Haufen seid, kann ich euch viel leichter den Garaus machen. Okay. Mach das mal. Mach das mal. So. Und gehen wir mal hoch. Zum Sheriff. Mal Zeit. Züge sind dazu da, zerstört zu werden. Okay. Brick will, dass du eine Bank überfällst. Musst du sonst noch irgendwas wissen. Jeden Tag schickt der Sheriff von Leinschwood alles Iridium, das sie aus der Mine geholt hat, zu Jack. Damit ist heute Schluss. Du wirst den Zug in die Luft jagen, mit dem sie das Zeug transportiert. Begib dich zum Abbruchlager. Ja. Joa. Wollen wir hier doch gleich mal. Anscheinend mehrere Missions mit. Wenn wir schon mal hier sind. Anscheinend. So. Der Sheriff führt demnächst eine Säuberungsaktion in der Stadt durch. Wuh. Nein, auch ich kenne nicht ihren richtigen Namen. Ich weiß nur, dass sie mich gezwungen hat, Schrift Sheriff zu werden. Dass sie mir in der Höllen Angst einjagt. Und dass ich hoffe, dass sie das nicht hört. Ich schmecke das Eisen. Ich schmecke das Eisen, das ist sehr schön. So. Da kommt noch einer. Du bist in der Nähe der Kammer. Versuch sie zu öffnen. In welcher Kammer? Und wo ist das Vieh? Was denn jetzt hier gerade noch angegriffen hat? Da. Komm her. Komm her. Komm her, du Schlimme. Komm her. Wat? Gib dich zum Abbruchlager, fang dir ein ferngesteuertes Fahrzeug. Hang? Sind die schon lebendig, oder wat? Mein Gesicht! Krieg's mal eins ins Gesicht. Krieg's mal eins ins Gesicht. Och, man. Voll daneben gesammelt. Das wird mein Ruf schaden, hier. Das wird dein Ruf auch schaden. Ja, mit dir auch. Ey, wirst du mich verarschen. Ey, wirst du mich verarschen. Kannst du auch übertreiben hier mit Leuten, die dann immer auf Anzug kommen. Hier. Da. Da. Ich hatte einen Bleisalat bestellt. Ey. So. Lauf nur kleines Mädchen. Lauf nur kleines Mädchen. Ich zeig dir, wer läuft. Komm her, Booster. Du kommst umso besser, wisch ich dich. So. Haben wir jetzt mal unsere Ruhe. Jetzt haben wir ihn hier. Mist. Ich wusste, dass es nicht so einfach sein würde. Diese Wand besteht anscheinend aus Polykrethen, das sich nur bei Kontakt mit Skaggalle auflöst. Ich habe eine Idee. Wir brauchen eine Bombe, die mit Skaggalle eingeschmiert ist. Das wird jetzt vielleicht verrückt klingen. Aber vertrau mir. Treib etwas Abführmittel auf. Ja, von wo? Und wo soll ich jetzt Abführmittel auftreiben? Also, das habe ich jetzt nicht unbedingt jedes Mal dabei. Boah. Noch so ein Schmierbarz hier. So. Den kriegt er noch nicht genug von mir, richtig? Komm ruhig ein bisschen näher. So. 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 Wie gibt es zum Abbrotlagerfang, denn wer gesteuert ist? Okay. Mann, 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 Mann. Wie viele Seiten hier? Hör mal. Komm ja schon der nächste. So. So. Was haben wir hier? Meine Mokis ab, Mokis. Wollte ich gar nicht. So. So. Komm her. Hier. Ja. Granate schmeißt er nicht mehr zu spät. Du hast den falschen Hund geweckt. Hier. 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 Und der weg weg. Jupp. Auch tot. Milde Ma niboda. Oder. Weißt du, der wird. Waffast gar nichts abgezogen. Ste seals pas me character. Jup. 's j Спасибо. bürger küsschenzug so fangen wir an ganz am anfang wie immer so verhübeln aber verhübeln die auch die auch weg damit 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 mit jungen immer gerne mit ja ja du freust ja über die kohle so